auch über die holzbrücke hauptsache schon mal erst mal schon am kleinen hier glaubt ihr man kann diese kleinleitern hier dann auch schubsen müsste man denn nicht also ich komme nicht aber alles zur brücke zurückfallen und von hier aus freis feuer wenn es zu mir darum so viel auswahlkrieger da kann man gar nicht von hier und freis feuer gibt es den ich habe die kaka rot getötet meine kakas rot und damit gerade auch den sinn für humor ich kann mich sogar vor stürz stellen aber gott schade dass es keine genau ich kann ja schießt der links weg und laden auch durch geben einschuss ab und dann fallen wir zurück wegen die leitern an und gehen ins vor und jemand hat das tor schon geöffnet das gut das ist ja nett von denen das tor auf der brücke holzbrücke vor dem vor also wenn du alt drückt siehst du nicht die namen von also sie ist alle namen gelber dann siehst du auch unsere dann muss man die suchen die religion im namen haben also leck erschossen nein das ganze zurückfallen ist kann uns schuss erst mal ein loch in unsere wand gelodet hat das richtig so bam erst mal ein short ausmachen instant content maschine anwerfen und dann wird geradelt hier fahren aufs tor oben drauf und dann fahrs feuer macht meine die leiter hier weg krieger wir brauchen den stock und den stock ja wo der stock jetzt ist aber den hat den stock hier ist auch noch einer stock ich habe noch einen stock wo brauchst du den stock ich habe stock aber du kannst doch hier kämpfen hier kommen sie doch doch nicht ohne die prometheus sind das gut da hast du das hat gar keine connection da habe ich nichts gesagt gibt es auch so ein feil den feil also für feile ein feil für feile kann dass ich den stock hier kurz leben mittels weiß feuer von hier oben aus übrigens ihr könnt bei den feildingern eure muni aufladen falls ihr es noch nicht wisst ich habe ich gefickt danke jetzt wird ja auf der brücke erstmal gekämpft und ich noch mal mit der notiz etwa so ein mini update das kann er mitgekriegt haben genau da steht nur so erster april so weißt du fünf warte später ja bis jetzt ist jeder schuss dahin geflohen wo ich die stürme der brücke mädels auf die brücke halten die kanone ist frei auf allem auf die linie lehnen die michel ist glaube ich das dann so neben mir rennt jetzt erstmal fenris hoch der wird jetzt gerade heiß verfolgt die hoffen die leitern hoch da kommen jetzt gleich gleich hoch leute wie kommen die leitern hoch warte 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 ich hab'n plan guck zu auch schwer nach links die prometheus und von da aus verteidigen denn jetzt gleich die leitung ich knall die auf der leiter mit der kanone weg ich weiß nicht ob das so eine gute idee ist für unsere mauer brauchen wir nicht immer dann aber braucht schon eine mauer der vorteil ist dadurch dass jetzt die leiter hochkommen kann ich einfach im kleidern ich ist daneben fuck daneben idiot danke das hat glaube ich nicht so viel gebracht wie du erhofft hattest die kommen hoch leute ihr müsst die leiter abschubsen das ist einmal her dass die mauren wieder halb eingenommen weiter auf die dinger schubsen die leiter schießen die kanone ist oben das tor wieder in den arsch da schön links rein snipen warum die die auf den leitern sind du meinst da kommen die schottischen deutschen also nicht im dorf ich mache jetzt so ein geil und die kommen rechts jetzt über die brücke rechts über die brücke reißen sie auf der mauer rechts die mauer verteidigen schön da hinten wir brauchen einen stock egal wo stock den habe ich zwischen den zwei leitern liegen lassen also dann müsste man in der mitte sein die sind links auf der mauer drauf der mauer auf der mauer auf der mauer auf der mauer hat catboy jawohl legion weg mit dir du schmutzfing oh man kann mit pistolen von leitern ausschießen das ist gut zu wissen geil ja scheiß auch wieder wahr also wir sind 40 gegen 30 das würde mich jetzt nicht überraschen wenn sie gleich irgendwie die das balancing ändern so gegen 45 gegen 25 und die sterne um die ticket sein oder kann sein dass es die flaggen sind die erobern aber ich habe deine moral und wenn du wenn das so die flagge ist unser hauptspot wenn der eingenommen wurde dann gehen bei uns die sterne runter wenn du das nicht so zurück einnimmst bei diesen und wenn wir da würden in den stellen ja wc die fg und so weiter also bis g also alles von a bis f sind das flaggen die ganz so in einem gewissen zeitpunkt wieder zurück erobern aber da ist halt also ich glaube so zwei minuten und wenn die zb die flagge für die minute reiten haben dann müssen sie die auch nur noch eine minute einnehmen und die sterne bei denen die sterne bei dem ist deren moral wenn die jetzt eine zeit lang nichts einnehmen kriegen die keine moral dazu nehmen die was ein kriegen die moral dazu also sterne und was passiert wenn die sterne runter sind was passiert wenn deren sterne und ganz unten sind und hier verloren müssen wir gleich erwarten also was ich tatsächlich richtig geil finde ist dass in diesem dorf also jetzt auch dass alles so richtig moduliert ist und dass du auch an hier in ganz kleinen orten irgendwie so leitern hast wo du hochgehen kannst auf so ein dach oder so die gerade schon nicht schick ich habe das aber nicht stand ganz rechts ist eine linie rübergekommen ganz rechts am eck ist eine leichte infanterie glaube ich auf der mauer rechts auf das torhaus und dann von ganz rechts ganz rechts diese map erinnert mich so ein bisserl an witcher 3 gerade ich bin ja schön 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 ja 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 und hier rechts weil du musst den stock einen stock ist immer neben einer leiter doch gehabt aber in stadt dass man nicht schützt alles was ich hier auf die schule ist erschossen der karottenhändler ist die karotten ungefähr so lang wie die wieder der nase oder kürzer hoch hoch und scheint dann muss ich entscheiden auf der fahrt nach frankreich lucifer übernehmen kommen das schaffst du wir geben die morale schon feuerunterstützung ja du kannst die leiter anlegen wir schiebsten schubst du auch nicht runter du musst zum fuß der leiter gehen fuß der leiter oh ja dann schauen sie rausgegangen wir können uns natürlich an den kanonen probieren ja also ich kann besetzen und volle unter sobald wir hier diesen ersten vorsprung erobert haben muss ich was ausprobieren und boy wenn das klappt wird saftig welcher erste vorsprung also die erste brücke hier jetzt auf was auch gott das einfach kaputt schießen wir müssen erstmal die brücke frei schießen du kannst überhaupt irgendwas kaputt schießen bei mir fliegen wir einfach durch die wand durch diese dinger da oben diese ach die zehn ja genau 10 vergessen das wort heißt probierst du wie er mich damit in den die land jawohl ich leite den charge weiter wo bist du nicht gestorben links neben dir okay das war evo lucifer das ist hoffentlich wieder da brauche ich meine du hast es nicht dann muss ich jetzt kurz wirklich nicht nein das war basti ja gerade basti das ist ja das ist ja wild wild und dann ist glaube ich nur diese zins erschießen moment ist ja diesmal mit auf die linke auf die noch was vielleicht können wir da so eine kaputt machen wenn du wenn du alt drückst dann siehst du überall die leitern siehst du auch ganz links ist eine leiter wollen wir da vielleicht schon hingehen also ich würde sogar empfehlen zu knien unter wasser als man jetzt sichtbar ist also wenn jetzt zum beispiel der kopf raus schaut jawohl legion ubo traktion nach links man sieht unser blubber zwar aber das merkt niemand sicherlich das sind die fische könnte auch ein salzwasser krokodil sein wir haben keine punkte gleich mehr deswegen bei uns ja ist doch egal kommen jetzt ach stimmt wir sollten vielleicht schneller machen weil gleich haben wir echt nichts mehr erst mal beschleunigen hier aufstehen schneller werden wir keine tickets mehr also keine rennen rennen rein aber die sehnt sich also bis jetzt so einer hat gerade auf uns geschossen glaube ich aber ich weiß ja wo wir uns versuch mal mehr links rüber zu gehen dass man uns von der brücke halt nicht sehen kann aber jetzt zu spät glaube ich ja habe da verluste direkt die erste leiter dran ja ich würde sagen ganz links also am wirklich äußersten rande oh gott da kommen sie sie kommen rechts ah sie haben uns gesehen Mist oh jetzt abkriegen jetzt hier im hohen gras oh joda das ist das ist die wird kommenstrategie die ich mag ich bin tot die kommen jetzt gleich rum aber hier oben ist keiner wir haben punkt a komm 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 wir haben gleich verloren nein die idee war die gute aber es hat einen ein wir haben hier irgendwie hier 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 hier